Jetzt kommt auch noch die Polizei, weil die Scheiße wahrscheinlich nicht nur angemeldet ist. Das sind solche Opfer, wirklich. Da hinten steht der Wagen. Wir haben hier keine Demonstration gemacht. Das stimmt gar nicht. Wir haben nur laut Musik gespielt. Oder was? Übrigens, die Polizisten machen hier auch nichts. Die haben viel zu viel Angst. Angst sind schlecht ausgebildet, wissen nichts. Das ist schlimm hier, wirklich. Wirklich schlimm. Und jetzt verpissen die sich wieder, als wäre nichts gewesen. Nicht nur die Demonstranten, sondern auch die Polizisten. Einfach wieder gehen. Toll, ne? Super. Tollen Job macht ihr hier. Warte mal, wer bezahlt euch noch? Die Steuerzahler? Ach so. Na dann hoffe ich, dass das Geld auch gut angelegt ist, ne?